Ich finde die Kommunikation des Bundeskanzlers in keiner Weise kritikwürdig. Er hält sich zurück, er ist ruhig dabei und er tut das, was eine führende Nation tut, nämlich er versucht, die verschiedenen Auffassungen zusammenzubringen. Ansonsten bin ich nicht in der Rolle, die Wortwahl und die Kommunikation des Bundeskanzlers zu kommentieren.